so leute und dann mit willkommen zu staff mit dem flash mit center aus die schon wieder voll kacken werde als maul 30 aufnehmen in der zeit wer am meisten dann geschafft hat und dann wenigstens total hatten ja wer hat man nicht dazu gemacht haben wir das wirklich so bockt dann machen wir das auf jeden fall auf jeden fall würde ich sagen ich gehe jetzt eine neue welt die durch schon so weit charakter kannst du noch auswählen aber geht noch nicht ist erst einer noch leider kommen nennen er ja aber scheltern ist ein ich will nichts ein einfach nichts anstellen starten nein was schon gestartet ja ja klar meine welt generiert sein es kommt gleich der quatsch typ wieder die alle nur das gab bei mir jetzt generiert meine gerade erst fahrrad wo dann die bei drei auf start drücken aber naja nix ich kann ja auf escape drücken oft für dich okay dann fange ich schon mal an gesagt contain nein forest holt sie hin komm hier ein paar blümchen sammeln nein 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 fickenbiene 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 warum müssen am anfang immer schon bienen da sein also nicht erst mal hier ein paar stöckskan im stöckskan jetzt komme ich auf diese welt und finde keinen verkackten flint ja das ist normal das war jetzt eine aufnahme das ist ein standard auf jeden fall musste ich mich vereinen wegen nacht oh ja schon und ein bienenkörbchen finde ich schon wieder auch ich kriegs kotzen find das doch schön mhm doch was kann man denn mit den häschen machen außer züchten oder irgendwie fangen kannst du nur schlachten ja ich muss glaube ich eine möhre suchen und dann keine ahnung möhre habe ich schon was ist das du musst so eine feine dafür bauen das weiß ich noch ich habe so eine komische spider den ich weiß nicht was es ist ich weiß nicht was es ist oh woks früchte gut was messen du weißt was der samen auffrisst ne ja ja goldnugget wow nein 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 ich bin gleich tot nein ich bin gleich super tot dann ist das dein erster tot die sind überspinnen wollte ich mich verarschen verpisst euch spinn ohne witz haut ab sie muss doch aufpassen ich finde einfach keine flints was soll der scheiß ich habe ja gerade auch nicht da probieren sind auch herr flints um lagerfeuer zu erstellen und den holz brauche ich dafür und dafür brauche ich erst meine axt und dafür brauche ich flints ja du kannst ja auch ja packen kann ich machen ja ja wow flint yay ach du arsch auch noch ein flint dafür habe ich schon ein paar karotten und so ah flint komm schon nimm den auch zack 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 was haben wir denn da ach guck mal ich kann mir einen craft zufried machen ich hab ne rüstung an denne was ist los mit dir weiße nicht dam dam holzfähen holzfähen schneller das ist nervig ne ich werde dich fertig haben bevor das nacht wird muss ich nur das lagerfeuer ausstellen und da wieder was na dann kommt die monster nicht ringsherum zu dir trauen sie sich nicht weil das wird verdammt dunkel ne geht das feuer dann wieder aus oder wie ich verstehe das noch nicht das ich weiß das bei dem nicht aber da kannst du zum beispiel gras reinschmeißen und so dann wird das noch döller ok dann brennt das noch stärker das obwohl die kommen nimm erstmal das mit oh ich sehe schon wieder flints ich sehe schon wieder alles mögliche kann ich denn mal gucken vielleicht wenn du Bock hast wenn du uns ja auch das dlc noch dazu holen gibt es ja auch bei game laden kostet das irgendwie unter 1 euro oder so bin ich der meinung ja und das dann mit dlc weiterspielen danach so erstmal mein noch so zack erstmal das einsammeln wie konntest du jetzt eine rüstung wie hast du jetzt eine rüstung gehabt hab ich nicht verstanden da ist das ganze gras ausgegrat wo kommen wir dann ach da wurmloch das ist neumann wurmloch ja spring ich jetzt aber nicht rein ne trap hey wo hast du denn jetzt eine rüstung du hast eine seite die beiden gekreuzten schwerter ach so aha scheiße ist hier dunkel bei mir wird das geht grad die sonne unter so langsam dann geh ich mal wieder auf die freie fläche wo ich gespawnt bin ich habe hier so eine komische insel oder irgendwie was komisch gefunden hier ach wir sollen mit sogar erfahrung jetzt aha das ist auch neu wow wie ich kann hier anbauen basic farm ich kann hier was anbauen anscheinend ja das ist normal dass du anbauen kannst ah pick up the schaufel ah hm dafür kann ich mir noch nicht machen ich bezacke auch noch nicht habe ich schon ja ja twice something plants was soll ich denn da anpflanzen ähm was wird gleich schlimm wenn das dunkel wird was ist ein metal potato fink keine ahnung vieles kenn ich noch nicht wie gesagt zu geil komm wir machen uns mal ne fackel ja was ist los mit dir ähm so dann laufen wir nochmal ein bisschen durch die gegend also nimm das doch oh ich habe gerade feuer gelegt hast du das angebrannt ist das ein skelett bummerang cool cheater alter du cheater so ohne ohne zu hab ich gerade gefunden ja was ist das denn science machine leitmaschine kannst du bauen ja ja und dann was passiert dann so weit war ich noch nie so weit habe ich noch nie gezockt ach so wobei ich das schon länger habe ich glaube wir hätten uns vorher informieren sollen ach nö das ist lustiger wenn man nix weiß finde ich weißt du was ich schlimmer finde dass man nicht mit mausrad die werkzeuge scoren kann weißt du was ich schön finde dass das ring zum bei mir brennt weil du dir alles angefackelt hast ne ja ja das ist für gut licht ah spinne verpiss dich verpiss dich na hast du angst vor feuer pick the rock pick the rock hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab hau ab du dreckiges missvieh hey spinne der taxi spider oh nein ich muss wieder gras nachlegen nein nein ach da ist natürlich auch noch ein spinn jetzt oben ja ja da oben sind die spinnen oh nein da muss man das lagerfeuer ein bisschen höher machen äh warum ist das jetzt auf einmal so schweine dunkel sag ich doch das wird extrem dunkel ich habe keine fackel das ist das schlimme kannst du dir doch bauen nein ich habe kein gras ich weiß nicht wo das wenn ich mich zu weit um ein feuer geht gleich aus it's so dark und ich bin gleich tot hast du kein holz oder so im settings da kann ich noch nichts machen da auch nicht ich kann nichts machen ach so 12 seeds brauchen ich bin tot ah dein erster tot ernsthaft das ist doch zum kotzen wie zwei ach nö war gut dass das bei mir gleich schon wieder tag wird ehrlich und ich hatte schon jedes werkzeug vielleicht aber du kannst weitermachen in der welt ne weiß ich nicht in der mann ja sehe ich gleich ich glaube es gibt auch leute die haben so das gemacht manche dass sie dann dass sie dann das direkt ähm gelöscht haben die welt und neu angefangen haben ja wenn die gestorben sind ne ich muss wieder alles neu sammeln ach ja stimmt neu sammeln musst du alles aber die welt musst du nicht neu generieren oder weiß ich nicht keine ahnung ich habe mich jetzt und es ist arg ich habe überlebt lalalala so zum kotzen ey krieg ich jetzt schon wieder einen hass auf dem spiel oder man auf der karte auch sehen kann ne man kann nicht sehen wo die wo man sein lagerfeuer hat aber ich weiß was zum glück ja mach die karte weg du blöd wichser ich glaub das ist doch immer nur wenn das wenn ein tag rum ist also nicht mehr nicht ich will wissen was ich mit der zeitmaschine hätte machen können ach du musst es schaffen weiter zu kommen auf jeden fall ja ist doch widerlich ob du das schaffst naja ja weiß ich bin gemein bist du auch da ist flint ey gar ich kann mir schon meine axt erstellen bei mir stehen steine rum zwei flints und zwei gräser erstmal hier ein bisschen einen brauche ich noch ach ja jay da ist jetzt gestorben nein das ist grad nicht lustig ich find's aber lustig ich kann ich kann holz auch ins feier reinschmeißen oder was ja kannst du auch mit links klick boah mach doch diesen baum kaputt ey was ist denn los mit dir hallo nimm doch mensch was ist los mit dir hier so ähm was kann ich denn noch machen ja dafür brauchte ich ja stein stimmt ja aber wo gab's denn steine da vorne aaaaaaah ich krieg's kratzen kann man uns das mal halt's maulkaninchen ohne witzig ich hau dich gleich ich mach dich kaputt doch ich hau dich gleich kann ich hier nicht mehr ich hau dich gleich ähm ja ich hau dich muss also der zu forschen ne die schaufel keine ahnung ich hab sie gefunden ach gefunden Da oben war auch so ein Fell. Da oben war so ein Fell, da konnte man auch Sachen anbauen. Noch besser, der hat das gefunden, der Cheetah. Aha. Stimmt gar nicht. Cheetah. Doch, du Cheetah. Ich muss nur wissen, was ich mit der Mini-Falle mache. Das fängt schon wieder an, so allmählich dunkel zu werden bei mir. Ich hätte, glaube ich, auch zu früh das Feuer angemacht. Kann ich denn ein großes? Nein, ein großes kann ich noch nicht. Dafür fehlt mir immer noch Stein. Da unten ist noch einer. Okay. Okay, die wird zumindest... Ja, zumindest wird dir auf der Karte angezeigt, wo deine Falle ist. Das ist gut. Hm. Ey, das regnet, ja, cool. Ich bin der Meinung, das war nicht. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Und ich glaube, durch den Regen geht auch das Feuer aus. Warum? Ach, Asche. Ja, stimmt ja, du kannst ja Asche einsammeln. Ey, was ist los mit dir? Nee, der regen nervt. Wie in meinen Kopf. Hm-mm. Der regen nervt wirklich. Was ist denn, was ist denn der Darm? Hat der dann Hunger? Ja, ne? Ja. Der Darm ist ja Hunger, alles klar. Ja. Aber was ich weiß, folge immer den Kies wegen. Du kommst zu irgendwas Guten. Nur was da zwischendrin auftaucht, das kann ich dir nicht verraten. Ohne Karotte. Nein, das ist meistens so. Dann machen wir mal ein großes Lagerfeuer. Okay, das Lagerfeuer bleibt da an, wenn es regnet. Okay. Und das war gerade ein Blitz. Der trifft dich noch beim Kacken. Ja, dich auch. So, noch schnell hier ein bisschen einsammeln. Alles war dunkler, mein Gott, ey. Das wird schon wieder dunkel. Ja, nicht nur bei dir. Gut, dass ich einiges zu verbraten habe. Ja, ich muss unbedingt Holz sammeln. Geht nicht mehr? Bah. Das Problem ist, mein Pack ist voll. Oh. Kann man sich eine Kiste vielleicht machen oder so? Ähm, nicht Extreme, man. Okay. Dann kann ich nicht Rucksäcke machen. Weischt zu weit. Was ist das? Keine Ahnung. Komm schon. Hau doch diesen Kackbaum noch weg. Unter Zeit. Das ist Regen. Was kann man denn mit den Pinien-Dinger machen hier? Welchen? I can hear tiny... ...twee... ...nein. Nein, Bienenstöcke. Ah. Ähm, Feuer, Feuer. Da haben wir das Feuer. Oh, das Feuer ist ausgegeben. Oh, geil. Was ist das haben wir denn da oben? Zack. Hä? Ein Schweinekopf? Ein Schweine sind da auch, ja. Ja, aber hier sind Schweineköpfe. Ja. Keine Ahnung. Eine Touchstone? Mhm. Hä? Ich hab's nicht... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist da schon. Aber wie verblumen sammeln? Wofür auch immer. Muss ich da was opfern? Ich glaube, ein Schwein muss ich da opfern. Anscheinend. Achso. Also dich. Mhm. Ach, schluch du. Haha. Oh, ohne Witz mobs mich auch noch hier. Ja, klar. Ich will da so ein Wurmloch. Muss man aber auch. Warum? Walk to pool. Aha. Was passiert? Ach, gar nichts. Geht nicht. Okay. Zack. Komm, gibt Gas hier. Ach. Ich hab' ne Blumenkrone auf. Die passt doch zu dir, die Blumenkrone. Ich hab' gut auf. Ich hab' nach Hause ganz schnell bloß. Ganz schnell zurück. Jetzt hab' ich auch so'n komischen Bass-Trockmantel an hier. Hm. Ganz schnell zurück. Hop, 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 hop. Bussi. Oh. Oh. Boah, wie weit bin ich denn weg? Fuck. Ich renne das mal um ne Fackel dahin. Nein, dunkel, dunkel, dunkel. Nein, nein, nein. Ist es. Oh, ich hab' Schaden bekommen. Fuck. Bah, ey. Hab' ich die hergestellt? Nein, nein, nein. Ah, boah, ey. Ich hab' Schaden grad' bekommen. Hm, ich auch. Weil ich einfach, die fuck, weil ich einfach kein Holz mehr, kein Gras mehr hatte. Ich auch nicht. Für so'n scheiß Lagerfeuer. Ich weiß schon, warum ist das zu kurzem teuer auch noch? Für eine Fackel hatte ich nix mehr. Das kostet drei Gras, ey. Ich krieg's, nein. Aber erstmal was essen. Ja, die Pinien kann ich auch breiten lassen, ne? Ja. Stock, 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 ich brauch' ein bisschen Gras. Kack, 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 kack. Ey. Lass' mal noch ein bisschen was essen. Boah, ich muss mir auch echt unterwegs eben Lagerfeuer sitzen. Dass es viel schlimmer ist? Boah, halt die Nacht, halt einfach die... Was ist das denn? Das ist mein Name. Weil, wenn es ganz dunkel ist, kriegst man nicht, greift sich irgendjemand an. Hm. Das ist schweiß. Ich hab' jetzt nur sieben Prozent der Fackel und ich... Ich bin gleich schon wieder down. Hm. Jawoll, Tag zu... Yay! Ich hab' so gerade die... Die Nacht überstanden. Ja. Schön. Bring mir jetzt gleich wieder. Ah, saving. Juhu. Pick evil flower. Geil. Guten Tag. Oh, was ist Tag? Yay. Hey. Ja, was ist das? Oh, ja, war schon mal aus, okay. Pick up the Gnom. Oh, ich hab' mir schwer gefunden. Mhm. Ich muss die Science-Machine bauen. Bye. Ich hör' schon wieder Bienen. Ich muss echt die Science-Machine bauen. Zack. Das Problem ist, ich muss doch den Schmetterling kaputt. Ach komm. Ja, boah, ich hab irgendwie ein Geschenk gehalten. Ja? Mhm. Wieso? Sicher auch nicht. Von Steam wieder. Wodurch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Steam hab' ich minimiert. Brauch' nicht auf sein. Obwohl, den Speer lass' ich mal in meiner Hand. Mhm. Mach das. Viel Spaß. Hi. Hey, was mach' ich denn mit der Box? Komm' mal, komm' mal Kacke ein. Schön. Er sammelt Dünger ein, grad. Nein, es regnet. Ah, shit. Ah, ja. Wollen wir mal schauen, wo noch was ist. Komm her, du Kackhase. Komm her. War's nix? Mach dich kaputt, do. Ich könnte ja auch immer so große Fische angreifen. Trau' ich mich aber irgendwie nicht. Mach doch einfach. Schießbuchse, du. Mhm. Was ist denn? Ich hab' wie so'n Stab bekommen. Gefunden. Da hast du auch ein Speer gefunden? Nee, ich hab' so'n Stab gefunden. Greif an. Gein Feuerstuhl. Haha.